Zahnersatz, ein Thema, das viele Menschen betrifft, sei es durch Alterung, Verletzungen oder Karis. Aber wie hat sich der Zahnersatz im Laufe der Geschichte entwickelt? In diesem Video tauchen wir tief in die Geschichte des Zahnersatzes ein und untersuchen die verschiedenen Entwicklungsstufen bis hin zu den modernen Lasungen, die wir heute kennen. Die Anfang-G des Zahnersatzes kann ihn bis ins 7. Jahrhundertsura ein Viertelzeeg folgt werden, als die Mayas in Mittelamerika Elfenbein oder Knochen verwendeten, um La-ein-Viertelzeegen in den Zahninen zu Fa-ein-Vierteln. Im alten A-Gypten wurden La-ein-Viertelzeegen auch mit Tirtzaninen Gefahr ein Viertel LLT, wachend die Rahmeergold oder Eisen-Fa ein Viertel Erzahnersatz verwendeten. Diese primitiven Methoden waren sicherlich nicht so effektiv wie die heutigen, aber sie waren die ersten Versuche, verlorene Zahni zu ersetzen. Im Mittelalter wurden Glas- und Keramik-Zahni zur Herstellung von Zahnersatz verwendet, aber es war erst im 18. Jahrhundert, als die Technologie und das Wissen A-ein-Viertel BER die Zahnmedizin erheblich verbessert wurden. Der franzasische Zahnarzt Pierre Fauchard gilt als Vater der modernen Zahnheilkunde und Zahnersatztechniken. Er entwickelte die Technik der Gold-Sankrone und leitete somit eine A-Rah von Innovationen in der Zahnmedizin ein. Im 19. Jahrhundert wurden Porzellan und Metall-Zahni eingefahren ein Viertel HRT, die eine laniere Haltbarkeit und Arztetik bieten. Die Entwicklung der Zahnprothese wurde ebenfalls vorangetrieben, wodurch Menschen, die ihre Zahni verloren hatten, eine bessere Lebensqualität erlangen konnten. Die ersten Vollprothesen wurden aus Elfenbein-, Walrosszaninen oder Tierzaninen hergestellt und waren eine Revolution in der Zahnprothetik. Mit dem Fortschritt der Technologie im 20. Jahrhundert wurden neue Materialien wie Kunststoffe und Keramiken in der Herstellung von Zahnersatz verwendet. Diese Materialien sind leichter und nataleinviertelriger im Aussehen und bieten eine bessere Anpassung an den Rest der Zahni. Zudem ärmer glichten Fortschritte in der Implantologie die Entwicklung von Zahnimplantaten als dauerhafte Lassung FA1, Viertel, erfählende Zahni. Zahnimplantate sind heute eine der effektivsten Methoden, um fehlende Zahni zu ersetzen und sind kaum von echten Zahninen zu unterscheiden. Die Entwicklung des digitalen Zahnersatzes in den letzten Jahren hat die Zahnmedizin revolutioniert. Mit Hilfe von Computertechnologie und 3D-Druck kann in Zahnerärzte nun meigeschneiderte Kronen, Bra1, Viertelzeiten und Prothesen herstellen, die perfekt an die individuelle Anatomie des Patienten angepasst sind. Dies hat die Genauigkeit, Haltbarkeit und Arztetik des Zahnersatzes erheblich verbessert und die Behandlungszeitenwerke 1, Viertel RZT. Insgesamt hat sich der Zahnersatz im Laufe der Geschichte von primitiven Methoden wie Tierzahninen und Metallzahninen zu hochmodernen Lassungen wie Zahnimplantaten und digitalen Prothesen entwickelt. Diese Fortschritte haben es Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ärmer glicht, ihr Latschellen und ihre Lebensqualität zu verbessern, selbst wenn sie ihre natalienviertelrischen Zahni verloren haben. Wenn Sie also Probleme mit Ihren Zahninen haben oder A1, Viertel BER eine Zahnprothese nachdenken, seien Sie beruhigt zu wissen, dass die moderne Zahnmedizin eine Vielzahl von effektiven und arztetischen Lassungen bietet. Konsultieren Sie Ihren Zahnarzt, um die beste Behandlung F1, Viertel R Ihre individuellen BD1-Viertlerfnisse zu finden und Ihr Latschellen wiederherzustellen. Denken Sie daran, dass ein gesundes Latschellen nicht nur Ihre Zahnähe, sondern auch Ihr Selbstbewusstsein und Ihre Lebensqualität verbessern kann.